Hallo und herzlich willkommen am Michelsberg in Heißbruck. Ich bin Christine de Vries und ich darf heute für Sie Schmorgerichte zubereiten. Ich habe nämlich fantastisches Rindfleisch vom Vollerbauer Wolfgang Müller in Rasch. Das sind ganz tolle Kühe und wenn man so schönes Fleisch hat, dann macht man auch ein richtig schönes Gericht. Einmal Boeuf Bourguignon, so einen französischen Klassiker, das ganz einfach ist und da kann man auch ganz alle regionalen Lieferanten mit einbeziehen. Den Speck, den habe ich vom Großvierberg, schön geräuchert zum Bauchspeck. Dann braucht man Zwiebeln, Knoblauch, Karotten und noch ein paar Champignons an gutem Wein. An wirklich gutem. Also fürs Boeuf schneide ich mir das Fleisch ein bisschen in größere Stücke, nicht zu klein. Und ich würde das auch noch nicht salzen. Pfeffern kann man es schon mal, aber Salz vermeide ich, weil ich habe ja den Speck und der gibt nachher sehr viel salzigen Geschmack auch mit ab. Das heißt, ich würze mein Fleisch und fange an zu braten. Zum Braten kann man ganz einfaches Öl nehmen, was auch ganz lecker ist, wenn man so ein bisschen Gänse oder Entenschmalz hat. Und ich brate an. Wenn das Fleisch dann so ein bisschen Farbe angenommen hat, dann legen wir unseren Speck mit dazu. Man könnte den Speck auch in kleine Stückchen schneiden, aber ich finde es immer ganz schön, wenn man den einfach, das Wichtige ist ja der Geschmack, dieser Rauchgeschmack und einfach so mit schmoren lassen. Dann können wir das Ganze mit ein bisschen Mehl abschleiden. Und gleichzeitig zum Mehl schmore ich auch noch mal Kräuter der Provence mit an. Kommt ein bisschen Brühe dazu. Der Hausfreund. Also nicht sparen beim Wein, ne? Nicht gut. Schön guter Wein, ordentlich. Passt. Zumachen und Flamme runter und eine Stunde schmoren lassen. Passt. Nachdem unser schönes Fleisch jetzt ungefähr eine Stunde geschmort hat, gebe ich jetzt ein bisschen Zwiebel, Karotten und Champignons rein. Knoblauch nicht vergessen. Das muss ziemlich lange schmoren, das Fleisch. Und wenn ich gleich am Anfang das ganze Gemüse mit dazu gebe, dann verkocht es völlig. Das ist auch nicht schön. Deswegen mache ich das etwas später. Zwiebeln, Brote oder die schönen Roßkopfzwiebeln, die sind auch ganz toll. Karotten und Champignons. Einfach alles zusammen schmoren. Da gebe ich jetzt noch mal ein bisschen frischen Thymian rein. Man kann auch noch Rosmarin dazu, ganz nach Geschmack. Völlig egal. Das schwenkt man einmal so ein bisschen an. Wenn dann das Gemüse ein bisschen schöne Farbe hat, ein bisschen Röstaromen sich da entwickelt haben, dann nehmen wir das Ganze und tun es hier mit rein. Einmal umrühren und dann nochmal. Auf jeden Fall eine Stunde, wenn nicht sogar zwei Stunden schmoren lassen. Schön langsam. Viel Zeit. Je langsamer und je niedriger die Temperatur, umso mehr Zeit haben die ganzen Gewürze, sich zu entwickeln. Nach zwei, drei Stunden. Gutes Rindfleisch braucht gute Zeit. Ist ja immer das Allerwichtigste. Ist unser Bööf Bourguignon. Als dann. Bööf Bourguignon und guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.